Servus Freunde des Ballsports. Nach dem Rauswurf von Cristiano Ronaldo, da sucht man ja bei Manchester United händeringend nach einer Alternative im Sturmzentrum. Man hat ja eigentlich fest mit der Verpflichtung von Cody Gagbo von PSV Eindhoven gerechnet. Man muss ganz klar sagen, das war ein absoluter Shootingstar in dieser WM, hat drei Tore, glaube ich in fünf Spielen, der Niederlande geschossen und war auf jeden Fall der Akteur, der wieder bei der Niederlande am meisten herausgestochen ist. Und deswegen war auch Manchester United lange an ihm dran. Das wurde aber jetzt allerdings nichts. Er ist für eine Rekordsumme zum FC Liverpool gewechselt, das wissen wir mittlerweile. Und deswegen könnte es jetzt noch mal heiß werden um Eric-Maxim Choupo-Moting. Denn wie man jetzt eben gehört hat, soll Manchester United wohl die Interesselage jetzt nochmal auf jeden Fall verschärft haben. Man war ja bereits vor ein paar Wochen, Monaten, habe ich euch bereits so berichtet, daran interessiert, möglicherweise Choupo-Moting zu verpflichten, da man damit natürlich einen Spieler hätte, der auf jeden Fall für die Rückrunde und für die nächste Saison zur Verfügung stände. Für die Rückrunde als absoluter Stammspieler und in der nächsten Saison halt eben als Alternative, wenn man sich dann eben einen echten jungen Neuner verpflichtet hätte. Und das ist natürlich auch eine Rolle, die Eric-Maxim Choupo-Moting mag. Er würde ja sehr, sehr gerne nochmal einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschreiben. Bei Bayern bekommt er nur einen Einjahres-Vertrag. Und Manchester United soll natürlich ihm auch finanziell das bessere Angebot bieten. So, zumindest war die Lage die ganze Zeit gewesen. Dann wurde es noch ein bisschen ruhig. Wie gesagt, man wollte ja Cody Gagbo verpflichten. Daraus wurde jetzt nichts. Und jetzt heißt es eben aus diversen Medien, dass Manchester United jetzt nochmal richtig die Bemühungen intensivieren will, um Eric-Maxim Choupo-Moting bereits im Winter zu verpflichten. Man will wohl, sobald der Januar begonnen hat, auf den Spieler zugehen und versuchen, ihn eben bereits im Winter zu holen. Man muss sagen, er ist nicht unverkäuflich. Bietet man dem FC Bayern München 10 bis 20 Millionen Euro, dann dürfte dieser schwach werden. Und ich denke, das ist auf jeden Fall eine Summe, die Manchester United locker zahlen würde für einen Spieler wie Coupo-Moting. Ja, was haltet ihr davon? Glaubt ihr an einen Bayern-Abgang? Und falls ja, sollte der FC Bayern München sich im Winter noch einen neuen Stürmer holen? Oder glaubt ihr, solch eine Last kann man irgendwie über Gnabry, über Mathestel und vielleicht auch Sadio Mane abwälzen? Auf Meinung, gerne in die Kommentare. Bis dann, Leute. Ciao.